Brunnenkrieger, zu mir! Na gut, das hier sind nochmal vier Minuten Tauren. Aber es wird eine Ewigkeit dauern, die Gebäude einzureißen. Viel wichtiger ist es dann, das Elfenmonument mit einzunehmen. Oh, ach ja, während wir das Gebäude einreißen, können wir ja mal. Wir werden schon mal nach da hinten versetzen. Förster, Sägemühle. 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 Und wutsch. Der Blitz zeigt, hier hätte ein Spawner sein können. Also sobald wir die Dings aktiviert hätten, das Monument wäre da ein Spawner aufgetaucht. Ja, das heißt, wir können jetzt die Ruhe nutzen. Was treibt ein Runengebundener hier in Schiel? Sprecht rasch, bevor ich euch aufspießen lasse. Ich bin auf der Suche nach Meister Rohn. Mein Weg führt nach Osten, ins Wildland. Ins Wildland? Dann macht euch nicht allzu viel Hoffnung. Was ist hier geschehen? Zwei große Armeen der Schwarzen Faust kamen aus dem Wildland bei Nacht. Ein Verräter in unseren Reihen öffnete ihnen die Tore und vergiftete unsere Herren. Wir wurden im Schlaf überrannt. Nun halten sie den gesamten Osten sowie das Dorf Ghan an. Sie haben alles besetzt, selbst eure Runenmonumente. Helft mir, die Monumente zu befreien. Helft mir, die Monumente zu befreien. Ha! Wer seid ihr? Utran schuldet euch nichts. Kämpft ihr euren Krieg. Wir kämpfen den unseren. Ich kämpfe bereits den euren. Ohne meine Hilfe wären eure Männer für immer im Schattenhain geblieben. Dann wart ihr es, der einer gerettet und ihre Nachschubwege unterbrochen hat. Nun denn, es soll euch Hilfe gewährt werden. Was braucht ihr? Einige eurer Krieger, um die Runenmonumente zurückzuerobern. Männer wollt ihr? Seht euch um. Wir haben kaum genug, dieses Lager zu halten. Das kann und will ich nicht entscheiden. Nur der Lordkommandant kann das. Ja, wo finde ich den Lordkommandant? Wo finde ich den Lordkommandant? Er ist schwach und ohne Bewusstsein. Das Gift des Verräters frisst sich durch seinen Körper. Unser Fälscher ist machtlos. Wenn nur der Lord entscheiden kann, was ihr nicht zu entscheiden wagt, dann muss er so rasch wie möglich geheilt werden. Wie ich bereits sagte, dazu reicht unsere Heilkunst nicht aus. Das Gift Brennegans ist grausamer und tödlicher als alles, was wir kennen. Dann bedarf es dazu elfischer Arznei. Nun, Shanmue aus Lianon ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wir hätten nach ihr geschickt, aber es ist nicht ihr Krieg. Wenn euer Kommandant stirbt und ich die Monumente nicht erreiche, dann wird es sehr bald ihr Krieg sein. Dann geht und ersucht sie um Rat. Im Süden, dort auf der Anhöhe, befindet sich das Portal nach Lianon. Aber seht euch vor. Unsere Späher berichten, dass sich in der Nähe des Portals einige gefährliche Kreaturen herumtreiben. Okay, das heißt wir müssen erst recht da hoch. Auch gut. So, Questbuch aktualisiert. Ja, erobert die Monumente. Die Monumente der Rune in Schiel werden von wenigen Leuten bewacht. Es sind so viele, um sie alleine zu schlagen. Die Hilfe der Utrana wird nötig sein, um die Wachen zu vertreiben. Tina, der Lordkommandante Runtana, ist vergiftet worden. Der Fälscher der Utrana ist machtlos. Es muss ein Mittel gegen das Gift gefunden werden. Ja, sucht Shanmue in Lianon auf. Die Halle in Shanmue Nia weiß vielleicht Rat. Sie lebt in Lianon. Ja, die kennen wir ja bereits. So, das heißt wir dürfen doch hier noch ein bisschen auseinander nehmen. Die Linien müssen halten! Okay, weglaufen. Stand halten Männer! Dann zerlegen wir hier noch die Basis erst einmal. Okay. Alle weg. Ich weiß jetzt nicht, ob Berserk gegen Gebäude hilft, aber ich benutze es einfach mal. Das heißt, wir können uns auch mal um den nächsten Geist kümmern. Wenn wir in Shield sind. Äh, in Lianon sind. Scherp! Scherp! Ja, 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 ja. Hilft die Axt vielleicht? Ja, ein bisschen. Ja, ja, ja. 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 Also zurückkehren nach Lianon Das Monument wieder in Besitz nehmen Unsere drei Helden rufen Damit Schamboyer reden Den Geist ausschalten Ah, Geistesschreiber Das ist Stufe 10 Den sollten wir locker hinkriegen Grüße Du hast nichts Neues zu erzählen Okay Seelenfell sicher auch nicht Ihr seid es Was Von dir nix Beschwören wir lieber mal Unsere Jungs Stehe bereit Seid gegrüßt Bitte erzählt mir etwas über Oh ja, das können wir dann in der nächsten Aufnahmesession uns mal alles anhören Ah, ihr seid zurück Ja, Lord Tina in Schiel braucht eure Hilfe Lord Tina in Schiel braucht eure Hilfe, Shan Was fehlt ihm? Ein seltsames Gift bringt ihn langsam um Es lässt seine Lippen schwarz werden und raubt ihm das Bewusstsein Schwarze Lippen Das ist der dunkle Kuss Ein magisches Gift, das der Zirkel einst erschaffen hat Ja, das hat eure Hilfe avenues Ich bis zum nächsten Mal ных these есть Vielen Dank.